Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Kiruku Kaminschutzgitter aus Metall. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses faltbare Absperrgitter für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Absperrgitter werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ein Absperrgitter kann wahrlich sehr viele nützliche Einsatzgebiete haben. Meistens geht es darum, Kinder oder Haustiere vor gefährlichen Orten zu schützen und dafür kann so ein Gitter durchaus recht nützlich sein. Preislich finde ich auf jeden Fall interessant, was dir hier aus dem Hause Kiruku geboten wird, halte ich für ein faires Angebot, ist aber auch natürlich eine Einschätzungssache. Ob es für dich das richtige Kaminschutzgitter ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften zum faltbaren Absperrgitter von Kiruku auch noch genauer anschauen. Extrem robust Kaminschutzgitter aus Metall der Marke Kiruku besticht durch seine robuste Metallkonstruktion. Ca. 11,6 kg mit mattschwarzer Pulverbeschichtung. Sicherheit Erhalten Sie mit diesem Absperrgitter die höchste Sicherheit. Die Türverriegelung öffnet durch einen Druckmechanismus, der sich nur mit der Kraft eines Erwachsenen betätigen lässt. Flexible Elemente Bei diesem Konfigurationsgitter können bei Bedarf die einzelnen Elemente zusammengeklappt werden. Dank der flexiblen Lösung können Wohnbereiche voneinander oder Ofen, Treppen oder auch Türen geschützt werden. Keine Montage notwendig Dieses Kaminschutzgitter bietet eine innovative Montagetechnik. Die einzelnen Elemente lassen sich innerhalb weniger Sekunden ausziehen. Einfach auspacken, ausziehen und freuen. Praktische Wandmontage Das Kindergitter lässt sich durch die flexible Wandmontage fast an jeder Wand montieren. Die 360 Grad drehbaren Wandarmaturen lassen sich zusätzlich noch in der Höhe verstellen. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Insgesamt betrachtet bin ich der Ansicht, dass es sich hierbei um ein wertiges, faltbares Absperrgitter zu einem fairen Preis handelt. Ob es für dich das richtige Kaminschutzgitter ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Mach dir noch dein eigenes Bild zum Absperrgitter aus dem Hause Kiruku. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Alles Gute. Ciao.